Der erste direkte Angriff Irans auf Israel ist heute Nacht passiert und nach allem, was wir wissen, ist er auch mittlerweile beendet. Und es ist jetzt frühmorgens, das ist noch nicht mal 8 Uhr, viel zu früh eigentlich für so ein Video, aber ich habe gedacht, ich möchte euch auf dem Laufenden halten und ich habe ja auch angekündigt in meinem Video von gestern Nacht, dass ich heute und jetzt mit diesem Video am frühen Morgen zusammenfassen möchte, was heute Nacht passiert ist und was der Stand der Dinge ist. Damit ihr informiert seid, was in Zukunft auf uns zukommt. Zusammengefasst kann man sagen, der Angriff des Irans war für den Iran kein großer Erfolg, militärisch gesehen. Das lässt sich, glaube ich, so festhalten. Ob es ein Propagandaerfolg sein wird, das ist eine andere Sache, aber militärisch hat dieser Angriff nicht sehr viel gerissen. Was ist passiert? Der Iran hat gestern Abend, gestern Nacht direkt Israel angegriffen und zwar mit mehreren Waffensystemen. Unter anderem mit mehreren hundert Drohnen, wahrscheinlich vom Typ Shahid. Das ist eine sehr geläufige iranische Drohnenart, die wird in der Ukraine viel eingesetzt. Also diese Shahid-Drohne ist eine sogenannte Kamikaze-Drohne. Das heißt, sie fliegt direkt ins Ziel. Sie hat Sprengstoff an sich selbst an der Drohne angeheftet und schießt jetzt keine Raketen ab, wie jetzt größere, modernere Drohnen der Amerikaner. Diese Shahid-Suizid-Drohne, Kamikaze-Drohne, wird in der Ukraine viel von Russland eingesetzt und bereitet den ukrainischen Streitkräften große Probleme. Und nun hat eben der Iran vom Iran aus wohl etwa 200 von diesen Shahid-Drohnen auf Israel losgeschickt. Da wurden relativ schnell Videoaufnahmen öffentlich, wie diese Drohnen über den Irak fliegen, eben nach Westen, nach Israel. Also etwa 200 Drohnen vom Typ Shahid. Dazu kamen noch sogenannte Cruise Missiles, also auf Deutsch Marschflugkörper. Und dazu noch ballistische Raketen. Und das ist jetzt ganz wichtig und ganz interessant, den Unterschied zu wissen. Beides wird oft als Raketen zusammengefasst, aber es gibt durchaus Unterschiede. Marschflugkörper werden praktisch die ganze Zeit während des ganzen Fluges von ihnen angetrieben. Also sie fliegen und haben einen eigenen Antrieb, der sie die ganze Zeit in der Luft hält und praktisch ins Ziel steuert. Während ballistische Raketen nur am Anfang einen Antrieb haben, damit sie auf eine gewisse Höhe gebracht werden. Und von dieser Höhe kommen sie dann wieder runter und je nachdem, wie hoch sie gekommen sind, kann es sogar sein, dass sie bis in den Weltraum fliegen und wieder in die Erdatmosphäre eintreten. Also wir können grob sagen, dass der Iran mit drei Waffen direkt angegriffen hat. Einmal mit Drohnen, dann mit Marschflugkörpern und eben mit ballistischen Raketen. Und dazu kamen noch Angriffe durch die Hezbollah, also der iranisch gesteuerten, iranisch finanzierten schiitischen Miliz aus dem Libanon. Nach allem, was wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen, gab es mindestens eine schwer verletzte Person, und zwar ein siebenjähriges Mädchen, ein beduinisches Mädchen aus dem Süden Israels, das von einer iranischen Rakete oder Teilen einer iranischen Rakete getroffen wurde. Die ist gerade in medizinischer Behandlung. Ansonsten wurden noch Teile der Infrastruktur einer israelischen Militärbasis auch im Süden des Landes getroffen. Und ansonsten halten sich die Auswirkungen, die militärischen direkten Auswirkungen dieses Angriffs sehr, sehr stark in Grenzen. Und das ist wirklich interessant zu beobachten. Das israelische Militär hat angegeben, dass sie 99 Prozent der Geschosse, die auf Israel abgefeuert wurden, abwehren konnten. Und zwar alle Drohnen und alle Cruise Missiles, alle Marschflugkörper. Das würde bedeuten, dass die einzigen Geschosse, die überhaupt israelischen Luftraum erreichen konnten, eben diese ballistischen Raketen waren. Und auch da gibt es Videoaufnahmen, unglaublich seltene Videoaufnahmen. Ich weiß nicht, ob das jemals zuvor gefilmt wurde, wie sehr wahrscheinlich iranische ballistische Raketen von den Israelis abgeschossen wurden, bevor sie in die Atmosphäre wieder eintraten. Also wir können hier praktisch von einem Star Wars, einem Krieg der Sterne sprechen, denn diese ballistischen Raketen wurden außerhalb der Erdatmosphäre abgeschossen. Und das sieht ganz weird aus. Habe ich auch noch nicht gesehen so. Und die Verteidigungssysteme der Israelis, die wohl großen Anteil daran hatten oder die verantwortlich sind für den Abschuss der allermeisten dieser Raketen und dieser Geschosse, die auf Israel abgegeben wurden, das sind unter anderem Davids Sling, also die Schleuder Davids, so heißt eines dieser Systeme, und das sogenannte Arrow, also Pfeil-System. Das ist auch dazu da, um eben Raketen abzuwehren, die auf Israel gefeuert werden. Und dazu kamen wohl noch Kampfflugzeuge. Israelische Kampfflugzeuge haben sehr viele Drohnen abgeschossen, aber auch amerikanische und wohl britische Kampfflugzeuge, wohl über syrischen und auch irakischen Luftraum. Und das bedeutet, dass dieser massive Angriff, den Iran auch direkt auf Israel abgefeuert hat, nicht sehr viel gebracht hat. Und das ist etwas, was, da gehe ich jetzt in die Interpretation rein, was uns so ein bisschen Hoffnung geben könnte, weil wenn da jetzt irgendwie Dutzende oder Hunderte israelische Zivilisten oder auch Militärs getötet worden wären, dann müsste Israel wahrscheinlich massiv zurückschlagen. Wir haben wieder diese Eskalationsstufe der Gewalt, die einen machen was, darauf müssen die anderen reagieren, woraufhin die anderen reagieren müssen, woraufhin die anderen reagieren müssen und so weiter. Das war jetzt nun nicht der Fall. Und das heißt, es könnte wohl bedeuten, dass Israel gar nicht so umfassend zurückschlagen müsste, auch wenn sie jetzt schon ankündigen, dass es Vergeltungsmaßnahmen nicht gekannten Ausmaßes geben wird und so weiter. Aber das ist natürlich jetzt alles Kommunikation, das ist auch PR. Es ist sehr interessant zu sehen, dass die Amerikaner zwar sagen, sie stehen absolut an der Seite Israels und werden Israel in allen Belangen helfen, das Land zu verteidigen, aber die Amerikaner haben auch ganz offen gesagt, dass sie Israel nicht bei Offensivmaßnahmen gegen den Iran unterstützen würden. Und auch das hier ist wieder was, was im größeren Kontext sehr interessant ist, dass in der Nacht praktisch, in der die Israelis angegriffen werden, der amerikanische Präsident verlauten lässt, wir werden nicht mitmachen, wenn es direkt gegen Iran geht. Und das ist auch ein Zeichen, dass diese große Eskalation, die viele befürchtet haben, hoffentlich ausbleiben wird. Die Israelis haben mittlerweile schon wieder ihre Flughäfen geöffnet. Das heißt, der Luftraum über Israel ist wieder für auch zivile Luftfahrt freigegeben. Es wird wohl zu Chaos kommen und zu Flugausfällen und Verschiebungen beim großen Flughafen Ben-Gurion. Was aber durchaus in Kauf zu nehmen ist, ganz zügig gesagt, wenn in der Nacht mehrere hundert iranische Raketen und Drohnen angegriffen haben. Also, long story short, es gab massive Angriffe vom Iran. Übrigens die ersten Angriffe eines Staates auf Israel seit den frühen 90ern, seit Saddam Hussein während des Golfkrieges Skat-Raketen auf Israel abgeschossen hatte. Damals hat Saddam Hussein versucht, Israel zu provozieren, dass Israel gegen den Irak losschlagen würde, um so die auch arabische Koalition gegen den Irak aufzuweichen und zu sabotieren. Das hat nicht geklappt. Aber auf jeden Fall können wir uns merken, seit mehr als 30 Jahren ist es das erste Mal, dass ein Staat direkt Israel angegriffen hat. Und nochmal als Kontext, das war eine Reaktion der Iraner darauf, auf einen Luftangriff, sehr wahrscheinlich einen Luftangriff, der Israelis auf die iranische Botschaft, auf das iranische Konsulat in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Dort wurden zwei Generäle getötet und noch andere iranische Soldaten. Und diese Soldaten waren dafür verantwortlich, Proxys, also Schattenarmeen, Verbündete, Milizen des Irans, in der Region Syrien und Libanon zu koordinieren. Also, weil ich das jetzt oft schon gelesen habe, mit dem, wer hat angefangen, das sind Fragen, die hier absolut keinen Sinn machen. Der Iran kann jetzt natürlich sagen, ja, die Israelis haben unsere Botschaft angegriffen, unser Konsulat, die Israelis können sagen, ja, das haben wir gemacht, aber nur weil da Generäle waren, die Gruppen koordiniert haben, die uns angreifen und so weiter und so weiter. Also, es ist der Nahostkonflikt. Jeder findet eine Rechtfertigung, warum der andere angefangen hat und warum man selber weitermachen möchte. Und das ist jetzt eben die große Frage, wie wird es weitergehen? Wird Israel direkt gegen den Iran losgehen? Wird Israel großflächig irgendetwas bombardieren? Oder werden es kleinere, gezielte Angriffe sein? Das wird sich vielleicht heute im Laufe des Tages zeigen, vielleicht aber auch erst in den nächsten Tagen und Wochen. Auf jeden Fall ist das gerade das, was wir wissen. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen und ich hoffe, dieses Video um 7.50 Uhr heute Morgen hat sich gelohnt. Danke auf jeden Fall. In den nächsten Tagen, ich hatte eigentlich für heute ein Video geplant über diese Proxy-Armeen, die Schattenarmeen des Iran. Das werde ich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen schieben und erst in den nächsten Tagen ausspielen. Und dann seht ihr, was es auf sich hat, wenn ich davon rede, iranische Proxys oder Milizen von der Hisbollah bis hin zu den Houthis. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.